dabei kommt man irgendwo einfach nicht mehr weg ja auch herzlich willkommen bei einer neuen folge geht her online oder ich sagen tsunami so nach mal gucken was ich da verbirgt und ich gucke das mit fp queen of matters und fabi let's play schön dass ihr alle so gute laune mit farben im team wir tauschen nein nein wir tauschen nicht also das ganze ist ein team deathmatch wir werden es mal sehen wie das ganze fahrig fällt einfach mal vom himmel da fällt irgendwie eine menge vom himmel alter irgendwie ist das total merkwürdig ich ertrinke gerade glaube ich also ich sehe gerade gar nichts ja er messert mich einfach so weg weiß mit aussteigen ich möchte nicht ertrinken ich habe mich umgefahren ach so es gibt hier gar kein alter hier fällt erstmal ein auto weg nein ja zu zweit auf einen fabi wo bist du denn man fabi macht doch mal mit mach ich doch ja wo bist du denn bei us quay er hat mich hier angebracht das ist kacke nein ah wow nein 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 nicht ertrinken nicht lecken queen stimmt bei mir einfach ohne grund Mann was soll das denn ich will nur da hoch ouch boah was war das denn das ist echt äh schwierig also es ist auf jeden fall lustig das ist gut gemacht das ist richtig geil gemacht das kann es auch nur bei regnischen wetterspielen glaube ich aber wenn stürmt leider die sachen hier drin gespawnt und hat das wahrscheinlich geflutet beziehungsweise hat dann wer wird das container um wort haben wo sowieso wasser ist und so und ja wie versteckt sich da einfach nur stirbt doch endlich ich komme gar nicht weg äh was passiert achso bullenheit testosteron oder doch doch hier frische tako Hey, hallo. Oh, geht doch. Geht doch. Ach, okay. Nein! Ja, komm, komm, komm! Nein! Jetzt ist das Wasser weg. Nein! Wow! Ähm, wow! Alter! Das ist gerade so ein bisschen Chaos hier. Na, komm! Wow, wow, wow! Hä? Wie die Digga einfach rumfliegen hier? Wurf im Auto zerquetscht. Äh! Ja, ich spawne direkt unter dem Auto, wo es richtig ist. Scheiße. Ja, Karol klaut sich wieder ein Boot. Äh, lol. Haha! Nein, nein! Oh, was? Lol! Wie das hier rumpackt. Haha! Hä? Ich bin aus der Web geflogen. Fabi ist auf und auf! Haha! Haha! Wie hast du schossen angestellt? Weiß ich nicht. Na, komm! Weg da! Ich bin hier weg! Oh, Mann! Ich bin kühlschlagen, oder? Ah, war ich aus der Web geflogen. Ja, komm, komm, komm! Yo! Ich bin hier weg! Solltest du vielleicht irgendwie sterben, damit du mir helfen kannst? Ich bin... Ich arbeite dran. Ich springe immer ins Wasser. Voll unlogisch, dass er so oft hitten kann hintereinander, weißt du? Das ist voll... Der cheatet, Mann! Ja, ist so. Ich... Das kann nicht sein! Ich ertrack mich einfach, sterbe ich irgendwann. Ich springe immer ins Wasser. Das hat keinen Sinn. Alter, lass doch mal das Bullen in Ruhe! Aua! Er hebt doch! Wo? Puh! War doch mal das jetzt war. Er hat sogar kein Kiel! Alter, er hat kein Wasser und noch Kiel. Wobei ich hätte da ein Lust aus dem Himmel wohl. Ich seh nichts. Er hat klappt ja richtig gut. Autsch! Ich bin voll und habe fünf Autos begraben gewesen. Alter, was ist denn los mit dir? Rache! Rache ist Blutwurst. Wow, 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 wow. Okay. Oh, das Ganze in Ego-Perspektive ist richtig schlimm. Aber du warst nicht mal in meiner Nähe. Ich will das nicht in Ego-Perspektive spielen. Der will eigentlich schlecht bei. Arme Sau. Alter, ich hänge hier voll zwischen den scheiß Anhängern. Ich treffe nichts! Ach, hier ist ein Ding zwischen. Was hat... Loll. Hat sie mich erstochen. Ah, komm hoch da. Ja, zwei auf ein. Weiß ich, auf wen ich jetzt gehe. Keine Ahnung, ich sehe nichts. Ich habe hier so ein Ding in der Fresse. Mann. Ist klar. Nicht nur du. Ja, ich war gerade im Aufstieg, wie unfair er ist, Alter. Wenn ich jetzt gemacht hätte, hätte ich gleich wieder aufgeregt, Alter. Hä? Als ob ich hier noch was aufgeregt habe. Au. Alles im load of the cura. Boah, ist das Boot schnell. Hä? Du kannst durch den Anhänger stechen. Das ist einfach nur ein Bug. Du kannst durch die Anhänger stechen. Das ist ein Bug. Nein, Queen tritt mich. Hä? Hä? Ach, Queen ist tot. Wundervolle, dass ich dort nicht mehr kamen. Ah, dieses blöde Boot hier. Ich sehe nichts. I'm on a boat. I'm on a boat. Yeah. Das bringt dir gar nichts. Ja, komm, wie kann das so offen in deine Stechen ist unlogisch. Ich habe kein Messer mehr. Das ist ja voll spannend hier gerade, ey. 19,19. Au. Alter, du Affe. Ja, gib mir, ist klar. Schön, Fabi. Ja, ist klar, übertreib. Ich will nicht. Ich will mich nur die ganze Zeit. Höp, hoch, da, hoch, da, hoch, da, hoch, da. Na. Jo. Oh, ich bin tot. Ich auch. Warte auf, sonst. Na, kann ich mal spielen. Alla. Geht doch mal auf den anderen los, Mensch. Ihr seid doch nur zu zweit. Wenn Earthwake tot, dann geht nichts anderes. Alter, du zweit auf einen ist echt unfair. Aber wirklich. Merke ich gerade. Ja, das ist auch, klar. Ja, aber sonst ist halt nichts anderes möglich bei der Map, ey. Nee. Boah, da kommt auch wieder weiße Hai, weiße. Alter. Boah, ich sehe gerade gar nichts wieder. Ich will vom Bruder klagen. Was? Ja, komm, ist klar. Ich konnte mich nicht bewegen. Ja, das geht mir auch drauf. Dabei kommt man irgendwo einfach nicht mehr weg, ey. Ja. Au. Wie er gefallen ist. Oh, nein, 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 nein. Ich komme da nicht weg. Nein, 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 nein. Hoch, hoch, hoch. Ich war oben. Toll. Huh. Luft. Ich atme. Nein. Das ist voll knapp. Ja, die können durch den Anhänger, das schlägt ich nicht. Du hast das Skill Level nicht. Oh. Den Anhänger zerstochen. Aua. Ach, die Map ist gut, ey. Wer wird richtig geil. Ja, es geht. Weißt du, macht jemand was einzigartiges, ne? Und Fabi wieder gefällt es nicht, ey, weißt du? Ah, voll in meinen Magen, ey. Voll in meinen Magen, voll in meinen Leberwitt genommen hier. Egal, da geht es eh nicht gut. Ey, wo ist der hingefloppt? Ich habe keine Ahnung, warum oder wohin. Nein. Ey, mach keinen Scheiß jetzt. Fuck. Er macht Scheiß. Boah. Verlierer. Ah, wertvollster Spieler. Er ledige zwei Gegner in halb und zwei. Zehn Sekunden. Ah, denn ein Kid hätten wir noch gebraucht, ey. Shit. Und ihr macht beide fast down. Ich bin lieber zu scheiße. Ey, egal wie gut die Idee ist, es war einfach viel zu eng, ey. Ohne scheiß. Ich fand es gut, es war aber was anderes, hat Spaß gemacht. Ja, es ist was anderes, aber die Map, die, ähm... Ey, killst Tode, 1 und 0. Also, liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst deinen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann immer mal mit der nächsten GDF Online-Folge wieder. Bis dann, Leute, die Garten und ciao. 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 Lock the load. Und dann, Leute, die Garten und die Garten und die Garten.